Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und es geht um eine ganz entspannende Box. Und zwar habe ich hier die Yoga Junkies Box für dich. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der aktuellen Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, diese Box wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sich hier in diesem Video zu zeigen. Und ich habe sie jetzt neben meinem Gesicht und sie riecht schon so hammermäßig gut. Wahnsinn, normalerweise rieche ich erst an den Boxen, wenn ich sie öffne. Aber jetzt rieche ich sie einfach schon direkt. So dieses Sandelholz und Räucherstäbchenduft. Und ja, diese Box erscheint monatlich, kostet ab 39,99 pro Box, je nachdem, ob du dich dafür entscheidest, eine Mitgliedschaft abzuschließen oder ob du eine Einzelbox wählst. Und sie ist prei gefüllt mit Beauty-Produkten, mit Produkten aus dem Bereich Yoga, Lifestyle, Food, Deko, alles mögliche findet man hier drin. Die Tasche, die wir letztes Mal in der Box mit drin hatten, habe ich auch in reger Anwendung und ich liebe sie. Und ich wurde schon von so, so vielen tatsächlich darauf angesprochen, wo ich die her habe. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sich jetzt diesen Monat in der Box verbirgt. Und auf der Box an sich steht tatsächlich auch drauf, we come, we flow, we love. Und das zeigt halt auch so ein bisschen dieses Mindsetting von Yoga Junkies. Also Hannah und Tyler sind die Gründer von der Yoga Junkies Box. Und die haben halt dieses ganz entspannte Feeling, dieses sehr, sehr freundliche, herzliche. Also das ist unfassbar schön, auch mit denen zu kommunizieren. Und Hannah und Tyler, liebe Grüße an dieser Stelle, ihr seid echt wundervoll. Es gibt einen Online-Shop, da kann man sich so ein bisschen Yoga-Equipment und so Yoga-Lifestyle-Produkte zum Beispiel da, solche Ringe holen. Da habe ich diesen Ring auch tatsächlich mal in einer Box drin gehabt. Und den trage ich jetzt auch seitdem auf meinem rechten kleinen Finger. Und ich finde den so, so schön, diesen Federring. Genau, so. Ach Mensch, und jetzt möchte ich diese Box aufmachen. Ich bin echt ein wenig nervös. Ja, ich bin nervös. Ich merke es kaum, Claudi. Ich merke es kaum. Ja, ja. Hier haben wir nämlich den Blick in die Box. Und oh mein Gott, dieser Duft wird immer intensiver. Hier haben wir einmal das Yoga Junkies Magazin. Das schaut so aus. Und da haben wir eine Lady, die Verrenkung macht. Da träume ich ja von, ne? Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Oh, wir haben die Ayurvedic Wisdom Edition. Schön. Die Ayurvedic Wisdom Edition ist dein persönliches Treatment in einer Box, gefüllt mit Produkten und Heilmitteln, die vor über tausenden von Jahren entwickelt wurden. Das Wort Ayurveda ist Sanskrit und steht für das Wissen um Leben und Langlebigkeit. Ayurveda ist ein Gesundheits- und Medizinsystem, das historisch auf dem indischen Subkontinent verwurzelt ist. Ayurveda-Praktiken haben sich über mehr als zwei Jahrtausende entwickelt und basieren typischerweise auf komplexen pflanzlichen Verbindungen, Mineralien, Metallsubstanzen, okay, und Heiltechniken. Wir wünschen Dir ein lustiges und gesundes Unboxing, Hannah und Tyler. Ich bin sehr gespannt. Und hier sind die ganzen Produkte halt aufgeführt. Dann hast Du hier auch ein Interview. How to be successful and happy with Caroline Stanienda, okay. Da ist die Lady, die hier auf dem Cover auch drauf ist. Da gibt es dann entsprechend ein, ja, eine Geschichte zu ihr. Und dann hast Du hier auch noch ein Rezept mit drin. Das haben wir, glaube ich, jedes Mal mit dabei. Also das ist halt wirklich ein super informatives Booklet. Das muss man wirklich sagen. Das ist nicht nur ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, sondern halt auch wirklich so ein richtiges Magazin, ne. So, unser Geschenk an Dich, drei Monate Gesundheit. Durch modernes Ayurveda, mithilfe von gesunden Rezepten, ayurvedischen Routinen, fundierten Wissensartikeln und exklusiven Videos mit dem international renommierten Vaidya Predmesh Vias, kenne ich nicht, begleiten wir Dich dabei, nachhaltig gesund und bewusst zu leben. Wir zeigen Dir, wie Du das wertvolle Ayurveda-Wissen ganz einfach in Deinen Alltag integrieren kannst und welche positiven Auswirkungen bereits kleine Umstellungen in Deinem täglichen Leben mit sich bringen können. Okay, und hier hast Du dann tatsächlich auch einen Gutschein halt, ne, und bekommst hier hinten auch einen Code mitgeteilt. Dann kannst Du das entsprechend über eine App machen. Und, ja, das haben die jetzt auch öfters mal in den Boxen drin, was ich ganz cool finde, dass Du Dich halt auch wirklich auf so Plattformen entsprechend für ein paar Monate gratis einloggen kannst. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, auch so einen Yoga-Kurs, bin ich leider nicht zugekommen, hätte ich aber gehabt. Okay, dann habe ich hier, ich glaube, ich weiß nicht, was hier von so gut riecht, For You Ringana, das ist dieses Produkt hier, So Free. Okay, das riecht gut. Nämlich gibt es Eure Groß Fresh, okay, das ist ein Zahnöl. Zahnöl, ach, wie interessant. Okay, das habe ich hier, das Fresh Zahnöl, Toos Oil. 15 Milliliter sind hier enthalten. Okay, ersetzt das die Zahnpasta. Das riecht auch einfach nach Minze, also sehr, sehr angenehm. Ich weiß jetzt nicht, welche Inhaltsstoffe drin sind, das gucken wir uns mal an. Die natürlichen reinigenden Körnchen sorgen dafür, dass das Zahnöl nicht bloß eine Mundspülung ist, sondern sogar die eigentliche Zahnpasta ersetzen kann. Ach was, ich meine, ich habe das auch schon mal gehört, dass man dieses Ölziehen machen kann. Das ist ja noch mal drin erklärt, sprich, dass du dir irgendwie ein bisschen Rapsöl oder Olivenöl oder so in den Mund gibst und das dann auch für 5 Minuten wirklich im Mund behältst. Und das soll auch wirklich dem Zahnfleisch gut helfen, das soll auch so ein bisschen, ich glaube sogar entsäuern oder sowas. Und damit kannst du dir jetzt tatsächlich auch die Zähne putzen. Ich raste aus. Kommt aus Österreich, so wie auch die Box, die kommt auch aus Österreich. Ich finde das sehr aufregend. Es enthält reinigende Kieselerdekörner, welche Plaks sanft entfernen. Sorgfältig gewählte Substanzen wie Kurkuma, Sternanisöl, Zimtöl und Eukalyptusöl verhelfen zu gesunder Mikroflora und haben antioxidative Effekte. Das ist ja interessant. Und das soll dann wirklich so eine antibakterielle Wirkung haben? Aufregend. Ja, spektakulär, sowas lernt man durch diese Box. Und hier sehe ich ein Produkt. Ich raste aus. Hier ist einfach mal ein Produkt von Rituals drin. Und zwar Ritual of Ayurveda, klar. Instant Care Hand Lotion. Mega geil. Hier ist ein Rituals Produkt drin. Yay. Ich finde, dass es übrigens normalerweise ist doch dieses Ritual of Ayurveda in dunkelrot. Und das hier ist mehr so ein Pink. Das ist ja cool. Oh, das riecht so gut. Oh, ich liebe Rituals Handcreme. Ich liebe Rituals Allgemeinheitsmarke. Das ist so, so toll. Ich freue mich auf den Rituals Adventskalender, Leute. Oh, das riecht so angenehm. Ich habe jetzt auch gerade eine Rituals Hand Geschichte bei mir. Ich glaube, Ritual of Ying oder so steht bei mir auch gerade am Bett. Das ist noch in Benutzung. Und ich glaube, dass sie wird danach kommen mit Indian Rose, Baby kommt zur Mama, und Sweet Almond Oil. Also quasi mit indischer Rose, also Indian Rose und Mandelöl. Das ist ja meins, ne? Ach Mensch, ach Mensch. Und ach, das ist toll. Okay, was haben wir hier noch? Satya Traditional Ayurveda Incense. Ich weiß nicht, was das ist. Das müssen wir uns angucken. Boah, das riecht aber intensiv. Oh, das sind, ah, Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Boah, riechen die gut. Oh, das mag ich gerne. Das ist ein toller Duft. Boah, riecht das angenehm. Das hat auch so ein leicht, ja, neben diesem Sandelholzduft hat das einen leicht seifigen Unterton. So von so ganz klassischer Handseife, cremiger Handseife. Sehr sauber, sehr angenehm. Das rieche ich gerne. Toll. Finde ich echt klasse. Durch die traditionellen Zusammensetzungen wird die Genesung verschiedener Krankheiten unterstützt, sowie eine friedliche und fördernde Atmosphäre für den Heilungsprozess kreiert. Das ist, ne? Ich finde sowas spektakulär. Diese Mischungen bestehen aus traditionellen und ayurvedischen Zutaten, welche auf den jeweiligen Zweck abgestimmt werden. Okay. Okay, hier haben wir etwas, das feiere ich gerade so sehr. Das ist für die Körpermassage und für die Körperreinigung. Das kannst du hier auch schön festhalten. Das ist eine richtig coole Bürste. Ich weiß nicht, woraus diese Borsten und so bestehen. Das sind hier so Gumminotten dazwischen. Ne? Die kannst du auch so bewegen. Die sind flexibel. Und das ist bei weitem nicht so hart, wie ich das jetzt im ersten Moment gedacht habe. Also wenn man damit so... Oh, angenehm. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es auch wirklich für den Körper ist. Ansonsten habe ich mich jetzt blamiert. Ayurvedisches Trockenbürsten aus Sisal und Bambus. Okay. Ayurvedisches Trockenbürsten, genannt Garschana, besprochen Garschan-a. Garschan-a. Okay. Fördert die Lymphreinigung und ist eine kraftvolle Methode, um die Entfernung von Arma, die Abfallprodukte der Zellen, zu unterstützen. Garschan-a wird traditionell mit Rohseide- und Leinenhandschuhen durchgeführt. Allerdings werden häufig Körperbürsten aus natürlichen Borsten bevorzugt. Ach, das machst du trocken. Du gehst damit trocken über deinen Körper und nach der Massage kannst du dann entsprechend duschen. Von den Füßen aufwärts weiter zum Rumpf und anschließend zum Nacken. Ey, das ist ja cool. Das machst du halt morgens, um so ein bisschen deinen Körper anzuregen. Um das Ganze, den ganzen Mock vom Vortag oder von der Vorwoche, je nachdem wie häufig man das verwendet, einfach mal abzubürsten und dann ganz entspannt unter die Dusche zu springen oder in die Badewanne zu gehen. Oh, schön. Und das kannst du dann auch entsprechend mit höherem Druck machen. Ey, das finde ich ja klasse. Ich bin ja eigentlich eher so der Abendduscher, aber das kann ich mir gut vorstellen. Oh, das wird, das ist intensiv, ne? Das ersetzt auf jeden Fall jedes Peeling fast schon. Oh, jetzt habe ich hier wieder Angst, ne? Ich habe wieder einen Ingwer-Shot. Hilfe! Mit Ingwer, Limone und Traube. Ayurveda-Super-Shot. 100ml sind hier enthalten. Das ist jetzt aber ganz schön viel. Leute, ich habe gerade Abendbrot gegessen. Wir haben es 20.18 Uhr und ich hatte ein mega leckeres Focaccia mit einem leckeren Rind. Was hat meine Freundin noch dazu gemacht? Rucola war da mit drauf und dann so eine Senf-Mehrrettich-Soße da drüber. Mega lecker, kann ich echt nur empfehlen. Und das gebe ich mir jetzt als Nachtisch drüber. Als kleiner Magen auf Räumer. Und das kommt aus Finnland. Die Finnen sind ja immer sehr, sehr abgehärtet, Leute. Und das kommt aus 100% organischen Säften. Boah, ich habe jetzt schon Angst, ne? Prost, Leute! Ja, den Ingwer, boah, den riecht man schon mal richtig intensiv. Das ist also das Food-Produkt in der Box. Das, wow! Das knallt. Aber es ist gut. Also durch diese Trau und die Limone wird es tatsächlich noch ein bisschen besänftig, dass du halt nicht nur diesen puren Ingwer hast. Boah, das ist schon krass. Okay. Oh, es brennt hier gerade so sehr. Okay. Hier haben wir, ich würde sagen, ein Tee-Sieb. Das ist praktisch, denn es ist jetzt gerade Tee-Zeit. Und ich gebe mir auch gerne mal ein bisschen losen Tee auf. Da habe ich tatsächlich auch mal das ein oder andere Tee-Ei. Aber wenn du vielleicht auch mal eine etwas größere Menge Tee machen möchtest, ist es ganz praktisch, wenn man halt so ein Reinhängefee hat für so eine große Tasse oder für irgendwas Großes, wo man es halt reinhängen will. Und hier haben wir von Asmi einen Relax Organic Chamomile and Rose Petals Teep. Ein Bio-Kräutertee mit Kamille und Rosenblüten. Also das kannst du jetzt 1a in Kombi verwenden. Die beiden Produkte finde ich auch schön, dass es zusammen geliefert wird, dass man halt quasi diesen Tee hat, zusammen mit dem Teesieb. Den mache ich mir jetzt mal auf. Den will ich riechen. Ich glaube, den mache ich mir heute Abend auch. Warum nicht? So ein bisschen relaxen kann nicht schaden, ne? Oh mein Gott, ist das ein toller Tee. Du siehst hier richtig die Blüten. Guck mal. Hier hast du richtig so eine Rosenblüte mit drin. Und dann hast du hier noch richtig die Kamillenblüten. Da. Voll cool. Und hier sieht man dann den Tee. Ich finde, das ist auch immer so ein richtiges Qualitätsmerkmal, wenn man halt wirklich den Tee noch sehr, sehr detailliert erkennen kann. Oh mein Gott, ist der ansprechend. Das ist wie, als wäre ich durch den Garten gegangen und hätte gepflückt, ne? So schön. Oh, die Kamille riechst du auch gut raus. Sehr, sehr angenehm. Oh, das ist schön. Da freue ich mich drüber. Das ist toll. Relax Ayurvedic Nutrition. Eine ayurvedische Ernährung. Vielen, vielen Dank. So, als letztes Produkt haben wir hier in der Box Spice Pots. Korma Dry Spice Blend Milt. Okay, da sind acht verschiedene Produkte drin, die zu einem Blend zusammengefügt wurden. Hier ist ein Pulver drin, also das wurde quasi vermischt. Und das macht man mit Kokosnussmilch oder mit Tomaten, um sich ein einfaches, schnelles und gesundes Curry zu machen. Da machst du dir ein bisschen Hühnchen mit dabei. Prawns or Vegetables. Ich weiß nicht, was sind Prawns? Auf jeden Fall Gemüse. Ist Vegetables. And add fresh chilies for extra heat. Ja, falls du noch nicht genug davon hast. Und hier sind drin Koriander, Kumin, Kummeric, da weiß ich nicht, was es ist, Chili, Zimt, Fenugreek, da weiß ich auch nicht, was es ist, Gloves, weiß ich auch nicht, was es ist, schwarzer Pfeffer und Kardamom. Okay. Und es ist glutenfrei, ohne Zucker, ohne Salz, ohne Nüsse und es ist für Veganer geeignet. Das ist echt toll und es kommt aus Schottland. Eine internationale Box, meine Lieben. Und das ist, ich fand es cool. Ich bin sehr gespannt auf dieses Zahnöl. Das muss ich wirklich sagen. Ich werde euch im Aufgebrauch davon berichten. Ich werde es jetzt nämlich verwenden und dann, wenn es aufgebraucht ist, davon berichten. Ich bin auch sehr gespannt über diese Bürste. Wobei ich tatsächlich ja dadurch, dass ich ein Abendduscher bin, vielleicht, ja morgens, da mache ich es halt abends. Meine Güte, man kann es auch abends machen, finde ich. Den Relax-Tee ziehe ich mir gleich rein. Geil. Also, ne, ganz zu schweigen von der Rituals Handcreme. Die Box hat mir richtig gut gefallen. Und, ähm, wenn ihr auch Bock auf die Box habt, dann verwendet gerne meinen Code, den ich euch hier einfach mal einblenden kann. Und schaut in die Infobox, da stehen alle weiteren Informationen zu drin. Und, ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!